Ja, das ist das Hotel Cadivale in Cavallino. Das ist die goldene Vase, die darf man nachher mit heimnehmen. Da ist der Chef, schöner Spiegel, toll. Klimaanlage natürlich selbstverständlich, Fernseherle, könnte ein bisschen größer sein. Ja, dann haben wir hier noch, das finde ich toll, zum Koffer. Ja, dann hast du hier noch eine Couch. Ja, und hier ist die Dusche, ebenartig. Jetzt alles Mögliche für Sachen, schön. Die Tür mit Spiegel, rosses Spiegel, natürlich sensationell. Ja, und das Beste kommt, das ist die Terrasse. So, das ist meine Terrasse, wie man sich sie vorstellt. Da knallt natürlich morgens die Sonne runter, aber es ist bei weitem nicht so heiß, wie in Rimini oder sogar in Neapel. Sehr schön. Hier gefällt es, der Petra, das ist wichtig. Also bleiben wir ein paar Tage, oder? Vielleicht nur mal gucken. So. 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 So.